Es war einmal eine Familie von Pionieren. Auf der Suche nach einem besseren Leben. Riley, wir können nicht ohne dich gehen. Das ist unser Zuhause. Nein. Wo wir zusammen sind, ist Zuhause. Hast du nach dem Umzug wieder so einen Job wie früher? Nicht sofort, es sei denn, ich will das. Und weißt du warum? Weil wir ein Abenteuer erleben wollen. Was ist das für ein Ort? Zuhause. Wann werden wir wieder zur Schule gehen? Was ist, wenn ihr nicht müsst? Ab jetzt machen wir die Regeln. Wir vier. Keine Sorge, ihr kommt hier schnell zurecht und werdet Abenteuer. Was macht dein Vater? Ist er sowas wie ein Farmer oder so? Ich muss sagen, du bist genau das Richtige. Wir sterben hier oben aus. Wir sind diese Stadt auf dem Hügel. Chase Doos, das sind wir. Glaubst du, dieser Ort wird dir gut tun? Wird dir das helfen? Mr. Hayes, ich komme vom Amt für Kinder- und Familienbetreuung. Ist vielleicht einer von Ihnen vorbestraft? Das können Sie nicht machen! Was hast du getan? Mr. Hayes, es war in uns, hast du getan! Los, rein mit ihr. Nein, nein, nein! Sie soll nicht wieder wütend werden. Was ist hier los? Was ziehst du dir da raus? Ich dachte, es wäre schön, nicht mehr Teil dieser Welt zu sein. Aber du weißt, das hier ist die Welt, oder? Du bist einfach nun auf den Gipfel eines Berges gezogen. Nichts! Nein, nein. Untertitelung des ZDF, 2020